Das Wort ist der Herr Abgeordneter Dr. Alfred Noll. Alfred Noll, Liste Pilz. Besten Dank, Frau Präsidentin, werte Mitglieder der Bundesregierung, meine Damen und Herren, Hohes Haus. Also ich habe mich ja brav vorbereitet. Das kann man aber jetzt fast alles beiseite lassen. Weil was wir von unserem Herrn Innenminister an heißer Luft und an rhetorischen Schaumrollen bekommen haben, rechtfertigt es durchaus auch auf dieses Niveau einzusteigen. Unserem Innenminister sagt mir eine gewisse Begeisterung für marxistische Dialektik nach. Da fällt mir ein schönes Wort von Lenin kurz vor der Oktoberrevolution ein. Denn wir wissen gut, dass nicht jeder Tageslöhner und jede Köchin von heute auf morgen den Staat regieren kann. Wenn ich mir anschaue, was der Herr Innenminister die letzten 100 Tage gemacht hat, dann wissen wir jetzt auch, dass nicht jeder verbummelte Philosophiestudent unsere Republik als Innenminister führen kann. Offenkundig, ich meine, Sie haben ja als Koalition mit der Novelle zum UG verhindert, dass es solche Studenten weiterhin gibt. Sie werden Ihre Gründe gehabt haben dazu. Offenkundig versuchen Sie hier mit Riesenschritten ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Es ist national und international und wohl auch historisch noch nie einem Innenminister gelungen, eine eigene Behörde in derartigen Riesenschritten national und international zu desavouieren. Das ist wirklich einmalig. Und jetzt muss ich, bevor ich Ihnen noch zwei Dinge dazu sage, die unseren Misstrauensantrag hier rechtfertigen, sagen, ich bin kein Freund von Herrn Peter Griedling. Ich habe mich oft genug in der Öffentlichkeit mit ihm gematcht. Und es geht mir hier auch nicht darum, dass wir einen Minister haben, der in offenkundiger Affinität zu rechtsextremen Kreisen hier seine Politik macht. Das darf er. Er ist dazu legitimiert und er ist auch dazu gewählt. Ich habe ein ganz anderes Problem. Mein Problem ist, dass er nicht kann, was er übernommen hat als Amt. Und ich glaube ja, dass die Selbsteinschätzung des Herrn Innenminister, die er im Jahr 2009 der Presse gegenüber gegeben hat, viel sprechender ist als alles das, was uns heute in Rabolistik hier serviert hat. Der Presse hat nämlich damals gesagt, selbst ganz vorne stehen möchte ich nicht. Dafür gibt es Begabterei. Und diese Selbsteinschätzung ist berechtigt bis heute. Wer dem Parlament gegenüber auf diese Art und Weise Fragen beantwortet, der hat allen Grund, sich meines Erachtens zu genieren. Sie sind nicht bestimmt dazu, hier das Parlament zu beschimpfen. Sie sind bezahlt und bestimmt, hier Antworten auf Fragen zu geben. Und die sind Sie heute schuldig geblieben. Zwei Dinge allerdings spielen bei dieser ganzen Sache eine Rolle. Und ich wiederhole nicht, was wir heute den ganzen Tag lang schon an Sachverhaltserzählungen bekommen haben. Der Herr Innenminister hat am 18. Dezember 2017 Mag. Peter Goldgruber als Generalsekretär bestellt. Das durfte er, und daran ist nichts auszusetzen, eine Position des Generalsekretärs bis zum 28. Dezember letzten Jahres. Da war Kabinettsaffin und durfte sicher auch ohne Ausschreibung nach § 2 des Ausschreibungsgesetzes erfolgen. Allerdings hat die Koalition mit 28. Dezember 2017 etwas gemacht, was die Sache vollkommen ändert. Wir haben in § 7 des Bundesministeriengesetzes jetzt einen Generalsekretär, der zur zentralen Institution eines jeden Bundesministeriums geworden ist. Und jetzt können wir anfangen, uns den § 4a des Ausschreibungsgesetzes zur Hand zu nehmen. Denn der Herr Innenminister offenkundig nicht lesen wollte. Was steht in § 4a des Ausschreibungsgesetzes? Dort steht, wenn sich der Aufgabenbereich eines Beamten um mehr als die Hälfte ändert, dann ist diese Position auszuschreiben. Ihr Günstling im Amt war Ihnen diese Ausschreibung nicht wert. Und wir haben deshalb heute Vormittag bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches gegen Sie eingebracht. Und der Herr Minister ist heute bei der Staatsanwaltschaft Wien zumindest als Verdächtiger geführt. Es gibt aber noch einen weiteren Grund für diese Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Stecken Sie auch hinter den anonymen Anzeigen in Niederösterreich? Ja, na sicher. Wenn Sie das so fragen, ja, Herr Rosenkranz. Der zweite Grund, warum wir diese Sachverhaltsdarstellung gemacht haben, hat zu tun mit der Suspendierung des Peter Griedling. Herr Minister, ich würde Ihnen sehr anraten, auch wenn Sie nur kandviel sind, einmal bitte ins Gesetz zu schauen. Sie haben ja heute gegenüber dem Parlament die Unhöflichkeit besessen, den Gesetzesparagrafen 112 ganz unvollständig und in offensichtlich manipulativer Absicht hier zu zitieren. Der Paragraf 112 Absatz 1 stellt ganz genaue Voraussetzungen an eine Suspendierung. Ich sage das deshalb, weil ich vor Jahr und Tag den Ex-Chef des BKA Heidinger, der damals von FECT aus ähnlichen Gründen suspendiert wurde, wie jetzt Kiki Griedling suspendiert, nämlich aus ausschließlich politischen Gründen, vertreten und erfolgreich vertreten habe. Bei der Suspendierung kenne ich mich ein bisschen aus und jedenfalls etwas mehr, als Sie glauben. Die Voraussetzung für die Suspendierung ist nämlich in den drei Ziffern des 112 genau umschrieben. Entweder es gibt eine EU-Haft, liegt nicht vor. Oder es gibt eine rechtskräftige Anklage, liegt nicht vor. Oder die Belassung des betroffenen Beamtens mindert Ansehen des Amtes oder die Interessen des Dienstes. Und alles, was das Ansehen des Amtes derzeit beschädigt, wurde von Ihnen und Ihrem Generalsekretär in Gang gesetzt und nicht von Peter Griedling. Deshalb glaube ich, dass dieses Suspendierungsverfahren genauso enden wird, wie das gegen den Herrn Heidinger. Man schaut, dass man unliebsame Personen erstens unter Bezügekürzung, zweitens von der Arbeitsstelle entfernt, um sie ganz schnell loszuwerden und in ihrer Abwesenheit die Dinge anders zu regeln. Und das sage ich als jemand, der kein persönlicher Vertreter von Peter Griedling ist. Herr Grottenus, Sie haben nicht nur davon keine Ahnung, sondern fast von allem anderen auch nicht. Also seien Sie bitte ruhig. Ich glaube, dass diese Sache weder ein Putsch ist, es ist noch nicht einmal ein Putscheu. Es ist die durchaus legitime Absicht und das durchaus legitime Vorhaben der Koalition und damit auch des Innenministers, führende Personen in den einzelnen Ämtern derart zu justieren, nachzubesetzen, wie es der eigenen Haltung entspricht. Dagegen und damit habe ich kein Problem. Vermindern Sie das eigentliche Problem nicht dadurch, dass Sie so tun, als ob es uns nur im Kampf gegen Rechts darum ginge, welche Politik dahinter steht. Mein Problem ist eines, dass dort ein Mann sitzt, der das, was er der Republik versprochen hat, auch mit eigenen Worten gesagt, einfach nicht kann. Suchen Sie einen Besseren. Das war Alfred Noll von der Liste Bild.